Deutschland ist Mobilitätsland. Doch wir hinken unseren eigenen Ansprüchen hinterher. Wir müssen Mobilität ganz neu, viel ganzheitlicher sehen und gute Ideen viel schneller in die Umsetzung bringen. Schluss mit Klein-Klein- und Partikularinteressen. ÖPNV, Automobilindustrie, Fahrradverkehr, Stadtplanung. Wir müssen Mobilität ganzheitlich und zusammen denken. Genau das machen wir in M-Cube, Deutschlands größten Mobilitätscluster an der Technischen Universität München. Zusammen mit Startups, Wissenschaft, Wirtschaft, Bürgerinnen und Verwaltung bringen Mobilitätsideen für alle in die Wirklichkeit. Diese Ideen sind da. Die neue Bundesregierung muss sie nur noch nutzen, um Mobilität endlich als Treiber für Klimaschutz, Wirtschaftswachstum und gesellschaftlichen Zusammenhalt voranbringen. Wie das geht, zeigt unser Fünf-Punkte-Plan. Um nachhaltige Mobilität zu fördern, haben wir zwei wesentliche Ansatzpunkte. Das eine ist, dass wir in den Ballungszentren, in den Städten den ÖPNV und die aktive Mobilität, also Radverkehr, Fahrradverkehr, fördern müssen. Und dazu haben wir auch ein Konzept mit Anreizsystemen, die Bevölkerung zu ermutigen, diese Verkehrsmittel auch stärker zu nutzen. Auf dem Land hingegen ist die Situation anders. Dort sind viele Menschen auf den Pkw angewiesen und fahren auch über Pendelstrecken viele Kilometer. Dort ist das Elektroauto die Lösung und wir sollten hier schauen, dass wir das möglichst gut unterstützen, indem wir die Infrastruktur ausbauen und fördern, indem wir zum Beispiel bidirektionales Laden mit fördern, sodass auf dem Land das Elektroauto wesentlich einfacher eingesetzt werden kann. Wir müssen in Deutschland Mobilitätsinnovation branchenübergreifend fördern und Zukunftstechnologien besetzen. Wir sind sehr gut in Deutschland in der Technologie, aber nicht in der Umsetzung und Skalierung. Das ist leider auch im Bereich der Mobilität so und das müssen wir ändern. Die neu zu schaffende Deutsche Agentur für Transfer und Innovationen muss sich als wichtigen Bereich das Thema Mobilität vorknöpfen. Sie muss Rahmenbedingungen schaffen für deutsche Hersteller, um hier zu investieren, für Startups umzuwachsen. Und sie muss das autonome Fahren nach vorne bringen. Das autonome Fahren ist die Technologie, die unsere gesamte Mobilität in den nächsten Jahrzehnten fundamental verändern wird. Sie macht die Mobilität effizienter, kostengünstiger und sicherer. Und dafür brauchen wir ein Zielbild für autonome Fahren im öffentlichen Raum. Wir brauchen große Modellregionen. Wir brauchen Software-Stacks, die Open Source sind. Und wir brauchen einen Rahmen für die Investitionen von Herstellern und Startups in Deutschland. Wir fordern vom Bund klare Rahmenbedingungen für die Zusammenarbeit der Akteure in den Metropolregionen. Wir sind ja als M-Cube Cluster auch Akteur in dieser Metropolregion. Und wir sehen, dass es bei zehn Milliarden Euro Infrastrukturfinanzierung für die Verkehrswege eine viel bessere Abstimmung braucht zwischen den Kommunen vor Ort, sodass auch die Standortentwicklung auf diese neue Infrastruktur ausgerichtet werden kann. Eine ganz zentrale Forderung an die Bundesregierung ist, dass die Kommunen mehr Autonomie in der Gestaltung ihrer eigenen Spielräume bekommen. Das betrifft unter anderem auch die Gestaltung von der Bepreisung im Straßenraum, also den Bewohnerparken zum Beispiel. Da finden wir heute so unterschiedliche Regelungen. In Bonn beispielsweise sind es 340 Euro im Jahr, in München nur 30 Euro im Jahr. Wir erwarten hier, dass der Bund im Dialog mit den Ländern Rahmenbedingungen dafür schafft, dass die Kommunen ihre Bepreisung so gestalten können, wie sie es für richtig halten. Und dadurch können auch Einnahmen erzielt werden für die Gestaltung der nachhaltigen Mobilität. So wollte manch einer die Städte früher planen. Autogerecht, funktionsgetrennt, alles hat seinen Platz. Heute sind wir schlauer und wir wissen die wissenschaftlichen Erkenntnisse, die Planer sind weiter und funktionsgemischte mit öffentlichem Verkehr und langsamen Verkehr und Fußgängern erschlossene Städte sind wesentlich produktiver, sind effizienter, sind gesunder. Jeder Euro, der in den öffentlichen Verkehr investiert wird, jeder Euro, der in Fahrradwege und Fußwege investiert wird, zahlt sich mehrfach aus. Wir haben für den Einzelnen, für die Gesundheit, wir haben aber auch für die Wirtschaft positive Effekte. Hier fordern wir die Politik auf, uns die Hand zu reichen und mit der Verkehrsplanung und der Städtebau zusammen zu arbeiten. Wir wollen die Städte an den Orten unterstützen, wo es wirklich möglich ist und nötig ist, den langsamen Verkehr zu fördern. Wir wollen aber auch dort investieren an den Verkehrsnotenpunkten, wo schon ganz viel vorhanden ist, wo schon der öffentliche Verkehr da ist und wo wir eigentlich nur noch verdichten, um den benötigten Wohnraum zu schaffen, um neue Arbeitsplätze zu schaffen, um eigentlich neue Dynamiken in die Städte zu bringen. Wir müssen die gesellschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen für die Mobilitätswende stärken. Und das beinhaltet insbesondere zwei Punkte. Erstens, wir müssen Mobilität als Gesellschaft als ein öffentliches Gut betrachten. Das heißt, niemand kann durch zu hohe Kosten oder durch Überfüllung oder Stau oder Unzuverlässigkeit von der Nutzung vom Verkehr ausgeschlossen werden. Und das können wir nur erreichen, indem wir ein Angebot schaffen, das Wahlalternativen schafft und das entsprechend auch so finanziert wird für uns alle. Und zweitens müssen wir neue Bewertungsindikatoren für Verkehrsprojekte einsetzen, die nicht nur die Wirtschaftlichkeit aus gesellschaftlicher Sicht ins Zentrum stellen, sondern auch die Lebensverhältnisse, die Lebensqualität, Nachhaltigkeit und die Verteilung in der Gesellschaft. Denn aktuell schauen wir uns primär die Wirtschaftlichkeit an, aber wir merken selber als Gesellschaft, dass die Kosten und Nutzen von Projekten oft sehr stark verteilt sind. Das Wissen haben wir. Nun sind wir alle gefragt. Teilt und unterstützt die Kampagne.